Leute, hat sich seit dem jüngsten Ausbruch hier in Bitcoin das Sentiment, die Stimmung grundlegend verändert? Zwar sehen wir am gestrigen Tag einen leichten Rücksetzer, doch im Vergleich zu vergangenen Korrekturen innerhalb dieser Konsolidierungs-Seitwärtsphase sehen wir keine Panik mehr ausbrechen, wir sehen weiterhin positive Stimmung. Was macht denn aktuell der klassische Kleinanleger, der Retail-Investor hier gerade wirklich? Wie agieren die Wale weiterhin? Was machen die Bitcoin-Spot-ETFs? Und wo stehen wir in diesem Zyklus aktuell gerade wirklich? All diese Fragen werden wir im Detail in diesem Video beantworten. Selbstverständlich werfen wir auch einen Blick auf das Chartbild von Bitcoin. Welche Preislevel, welche Preisbereiche musst du jetzt unbedingt auf dem Schirm haben? Und was mache ich aktuell mit meinen Long-Positionen? Wie steht es um diese? All das kurz und prägnant zusammengefasst. Alles, was du jetzt zum Bitcoin-Preis wissen musst, erfährst du hier auf der Crypto Wall Street. Falls dir das heute Video gefällt, wäre ich dir extremst dankbar für eine positive Wertung. Gerne auch einen Kommentar für den Algorithmus einsteuern. Du würdest meine Arbeit damit e-mails unterstützen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Und falls du mehr von diesen fundierten Analysen profitieren möchtest, gerne rein abonnieren und Teil dieser geilen Community werden. Wir verschwangen keine Zeit, legen direkt los. Let's go! Und ja Freunde, nach einer Woche wunderschöner Kurssteigerung in Höhe von knapp 11% sehen wir am gestrigen Tag erst einmal einen leichten Rücksetzer in Höhe von 4%. Doch alle diejenigen, die gestrige Bitcoin-Analyse geschaut haben, sollten exakt auf dieses Szenario vorbereitet gewesen sein. Rücksetzer, dann Mega-Rally. Wir fallen erst einmal genau auf den 4 Stunden 50er EMA, der uns soweit erst einmal supportet. Doch bevor wir jetzt gleich tief wieder in die Chart-Analyse einsteigen, über die nächsten wichtigen Kursmarken sprechen, wo wird die Reise als nächstes hingehen, möchte ich mit euch einmal über das Sentiment hier auf dem Kryptomarkt sprechen. Denn wir haben ja auch gestern darüber gesprochen, dass wir mit der letzten Wochenkerze hier wunderschön aus unserem 7-monatigen korrektiven Seitwärtstrend ausgebrochen sind. Und gestern kam es ja dann zu diesem leichten Rücksetzer in Höhe von 4%. Und wenn wir das einfach mal vergleichen mit Rücksetzern in gleicher Höhe ungefähr, während dieser Konsolidierungs-Seitwärtsphase, dann lässt sich Folgendes feststellen. Betrachten wir die Kurzzeithalter, den Profit and Loss realisiert, dann sehen wir tatsächlich, dass mit diesem gestrigen Rücksetzer keine Panikverkäufe mehr eingetreten sind. Jetzt wollen wir natürlich nicht Äpfel mit Birnen vergleichen und diesen kleinen Rücksetzer vergleichen mit großen, scharfen Abverkäufen in Höhe von zweistelligen Prozenten, sondern das Ganze in Relation setzen mit ähnlichen Anstiegen, wie wir jetzt zuletzt hatten und dann in diesen Bereichen hier Rücksetzer gesehen haben. Schaut euch doch einfach mal bitte im Vergleich an, was hier immer noch für Panikverkäufe getätigt worden sind, im Vergleich jetzt zu diesem jüngsten. Das steht in keiner Relation mehr. Du kannst es nicht einmal mehr miteinander vergleichen. Was heißt das im Umkehrschluss? Genauso wie es hier Axel Adler Jr. schreibt, in der Regel finden auch bei solchen Rücksetzern Panikverkäufe statt, aber nicht dieses Mal. In anderen Worten, Investoren haben einen bullischen Ausblick, einen bullischen Outlook und beliefen, glauben an das Wachstum. Andernfalls wären natürlich Panikverkäufe hier vonstatten gegangen. Und da müssen wir feststellen, das Ganze ist ja jetzt erst passiert, seitdem wir aus dieser Konsolidierungsseitwärtsphase ausgebrochen sind. Ebenfalls hat sich in Form des Fear and Greed Indexes nichts Grundlegendes verändert. Wir befinden uns weiterhin in den Bereichen der Gier, jetzt bereits seit einer Woche. Natürlich kann man jetzt wieder den Blickwinkel wie von den vorangegangenen sechs Monaten hier drauf werfen. Die Menschen sind gierig, die Menschen haben FOMO, wollen nichts verpassen. Das irrt früher oder später wieder in einem Abverkauf enden. Doch Leute, ich möchte heute auch wieder einen anderen Blickwinkel aufwerfen. In diesem Fall, wenn wir uns einfach mal Perioden anschauen, wo wir einen starken Anstieg hatten, wie beispielsweise hier im Oktober 2023, im November 2023, da standen wir Wochen, Monate in diesen Bereichen der Gier und wir sind ja noch nicht einmal zu Maniephasen angekommen, Euphoriephasen, wie wir es beispielsweise im März gesehen haben, Extremer Gier. Dementsprechend, es gibt Phasen im Markt. Da sind solche Gierphasen in Höhe von einer Woche gar nichts, Leute. Dementsprechend verlasst euch bitte nicht immer nur auf einen Indikator, sondern betrachtet das Gesamtbild. Wir haben jetzt einen grundlegenden Switch im Chartbild reinbekommen. Wir haben ja schon die Trendwende hier erfolgt in Form von eines höheren Hochs und höheren Tiefs. Jetzt sind wir ebenfalls noch ausgebrochen, was definitiv einen ganz anderen Blickwinkel auf diese vergangene Konsolidierungs-Seitwärtsphase hier werfen sollte. Und an dieser Stelle möchte ich mit euch auch noch mal einen Blick auf den klassischen Kleinanleger Retail Investor werfen. Was macht er denn aktuell? Jeder kennt die Definition anhand Crypto Twitter X. Bitcoin Suchanfragen, Crypto Suchanfragen, die sind weiterhin auf Tiefs ständen. Ja, das ist so. Das ist eine Art und Weise, den Retail Investor hier zu definieren, zu betrachten, zu interpretieren, was dieser macht. Ich möchte mit euch heute wieder einmal, ihr kennt mich, ich stürze mich primär auf Onchain Daten. Was passiert wirklich? Was macht denn der Retail Investor wirklich auf der Blockchain hier im Netzwerk? In diesem Fall schauen wir uns da einmal kurz den Retail Investor und die Nachfrage, die 30 Tage Veränderung an. Wie messen wir denn hier überhaupt den Retail Investor? Indem wir uns das Volumen 0 bis 10.000 US-Dollar hier betrachten. Das, was er wirklich bereit ist zu investieren aktuell. Da gibt es Phasen in Rot, wo die Nachfrage tief ist und da gibt es Phasen in Grün, wo die Nachfrage hoch ist. Und jetzt mit diesem jüngsten Anstieg und vor allem auch mit diesem Ausbruch ist die Nachfrage wieder maximal gestiegen. Das heißt, anhand dieser Metrik ist der Retail Investor jetzt gerade wieder dabei, in diesen Markt hineinzukommen. Möchte ich mich auf den Retail Investor stützen? Nein, natürlich nicht. In der Regel trifft dieser Kleinanleger hier soweit erst einmal die falsche Entscheidung und kauft oftmals die lokalen Tops. Schauen wir uns die Waren Investoren an diesem Markt an, die klassischen Wale. Und die klassischen Wale, vor allen Dingen die neuen Wale, die akkumulieren weiterhin sehr, sehr stark, Freunde. Die stehen jetzt seit gestern beispielsweise auf oder sitzen auf Beständen von 2,0387 Millionen BTC. Allein gestern haben sie beispielsweise knapp weitere 12.000 BTC in ihre Bestände hinzugenommen. Und das sind natürlich auch unter anderem, nicht nur unter anderem die ETFs, die hier in diesem Fall gestern, wie beispielsweise BlackRock, weitere 329 Millionen US-Dollar hier in Bitcoin investiert hat. Natürlich ist es BlackRock nicht selbst. Es sind die Investoren des E-Bits. Zum einen Babyboomer, zum anderen aber auch ganz, ganz viele institutionelle Anleger in Form des Smart Money. Und aus meiner Sicht, vor allem aus Sicht dieser Wahlkennzahlen, ist das Smart Money, das schlaue Geld, hier weiterhin im oder am Investieren. Von daher bin ich auch weiterhin tiefst beruhigt, dass das hier nur ein kurzfristiger Rücksetzer ist. Auf die nächsten Level kommen wir natürlich gleich zu sprechen, was natürlich auch mit den nächsten Long-Positionen ist. Doch noch einen abschließenden Blick darauf geworfen, wo stehen wir denn aktuell hier in diesem Zyklus. Hier betrachten wir das Halving-Jahr, wie beispielsweise das Jahr 2012 Halving, 2016, 2020, 2024. Und da betrachten wir das ganze Jahr mit dem ersten Quartal, zweite, dritte, vierte. Wir befinden uns jetzt im vierten Quartal. Und wenn wir uns einfach mal anschauen, wie der Bitcoin-Preis jetzt in jüngster Vergangenheit performt hat, dann müssen wir einfach feststellen, ist das jetzt schon eine Anomalie im Vergleich zu anderen Zyklen? Sage ich klipp und klar deutlich nein. Denn wir müssen feststellen, beispielsweise im Halving-Jahr 2016 standen wir zu diesem Zeitpunkt mit einer schlechteren Performance da. Wir sind aktuell zwischen dem Jahr 2016 und dem Jahr 2020 mit knapp einer 1,6 Verfachung des Preises, des Bitcoin-Preises. Wir haben aber auch hier, wie wir sehen, beispielsweise deutlichen Rückstand zum Jahr 2012. Muss man aber auch betrachten, da war der Markt noch viel jünger. Man konnte mit viel weniger Kapital viel mehr bewirken. Doch schaut euch doch einfach mal an, wenn es so laufen sollte wie die letzten Male, dann haben wir noch ein weiteres wunderschönes Quartal voller Wachstum vor uns. Sollte der Markt hier in diesem Fall jetzt einfach nur weiterhin so rumdümpeln, wie es bisher getan hat, oder sogar diese Kurven deutlich unterschreiten, naja, dann ist es aus meiner Sicht Grund oder ein Grund hier zu überlegen, ist irgendetwas anders, müssen wir uns Sorgen machen. Aber Stand jetzt läuft alles wie geplant, Freunde. So, werfen wir jetzt natürlich auch nochmal einen Blick auf das aktuelle Chartbild von Bitcoin. Weiterhin gilt natürlich übergeordnet bullischer Fahrplan. Natürlich mit einer jüngsten Bestätigung in Form des Ausbruches aus dieser über siebenmonatigen korrektiven Seitwärtsphase. Wir haben diesen Ausbruch hingelegt, erst einmal Halt gemacht an der 69.000 US-Dollar-Marke, das letzte Allzeithoch aus November 2021, eine selbstpsychologische Marke. Und vor allem muss auch jeder verstehen, der Markt, der geht nicht straight gegen Norden, nicht nur straight gegen Süden. Er macht das Ganze in wellenförmigen Bewegungen. Er legt einen Anstieg hin über die gesamte Woche und setzt dann erst einmal zu einem Rücksetzer beispielsweise an. Das ist nicht ungesund, das ist vollkommen normal. Und das ist soweit auch erst einmal fördernd für den weiteren Kursverlauf von Bitcoin. Wir haben diesen Ausbruch hingelegt, Ausbruchskante lag bei roundabout 65.600 US-Dollar und ein Retest dieser Region ist absolut legitim. Diesen Retest haben wir noch nicht gesehen. Der Retest würde aktuell erfolgen bei roundabout 65.400 US-Dollar. Ebenfalls haben wir ja das Crossing im MACD reinbekommen, bullische Bestätigung. Das letzte Mal, als wir dieses Cross gesehen haben, war im Oktober 2023. Danach startete die nächste gigantische Bitcoin-Rally. Also immer locker durch die Hose atmen, Leute. Übergeordnet brennt hier gar nichts an. Vor allem, da wir auch wissen, dass jede Menge Liquidität hier in den Kursregionen liegt. Bis beispielsweise 76.000 US-Dollar. Das hat sich über die vergangenen Monate alles angestaut. Springen wir eine Zeitebene tiefer in den Tageschart. Was können wir hier herauskristallisieren? Erst einmal nochmal gesehen, dass wir mit der gesamten letzten Woche hier diesen Anstieg hingelegt haben. Und vor allem auch da in der letzten Woche schon zu Beginn der Woche einen sehr, sehr markanten Ausbruch auch hingelegt haben. Oberhalb oder überhalb des 200er Daily SMAs. Dieser liegt aktuell bei 63.300 US-Dollar. Und ihr seht, auch hier beispielsweise noch kein Retest erfolgt. Auch das wäre eine Möglichkeit, dass der Markt beispielsweise nicht nur diese Trendlinie retestet, sondern auch hier einen Retest 200er Daily SMAs hinlegt. Muss das passieren? Nein, es muss gar nichts passieren. Was aber jeder verstehen muss, ist folgendes. Wenn es passiert, dann sind das immer wieder interessante Möglichkeiten für eine nächste Longposition in Bitcoin. Denn wir verlaufen ja weiterhin auch aus Daily Sicht in dieser hellgrünen Struktur mit C-Level 78.4 hoch bis 84.5. In dieser hellgrünen Struktur haben wir uns exakt an diesem Tief mit unserer Longposition hier positioniert. Konnten also wunderschön diesen gesamten Aufschwung hier in Bitcoin mitnehmen. Und nicht so wie 90% der Trader oder Anleger an diesem Markt hier in Panik verfallen. Und irgendwie darüber denken, hier ihre Position abzustoßen. Oder daran denken, okay der Markt fällt nochmal bis 50.000 US-Dollar. Nein, man bleibt letzten Endes innerhalb seines Systems, seiner Analyseart treu. Und vertraut dann einfach darauf. Ebenfalls kommt hier noch in der Daily Chart rein der 50er EMA. Und vor allem auch beispielsweise, möchte ich auch noch einmal betonen, selbst wenn der Markt, gehe ich aktuell nicht von aus, bis in die Region von 61.000 US-Dollar korrigiert, ist das zweite BC-Korrekturlevel innerhalb dieser hellgrünen Struktur. So brennt hier überhaupt nichts an diesem aktuellen Aufwärtstrend an. Wir haben höhere Hochs, wir haben höhere Tiefs. Wir haben jetzt natürlich mit diesem Hoch wiederum ein höheres Hoch gebildet. Und selbst wenn der Markt hier runter korrigiert, haben wir beispielsweise immer noch ein höheres Tief, wenn er den hier macht. Also von daher, auch hier brennt überhaupt nichts aus der Tageschart-Sicht an. Der RSI ist in knapp neutralen Bereichen unterwegs. Der MACD hat zuletzt hier am 14. Oktober dieses Bullish Crossing hingelegt. Auch sehr, sehr Bullish. Aktuell geht ein wenig das Momentum hier in der Tageschart verloren. Warum? Weil wir jetzt letzten Endes hier in diesen Kursregierungen konsolidieren und gestern noch einmal einen negativen, einen bärischen Tageskerzenschluss reinbekommen haben. Aber auch hier aus der Tageschart-Sicht brennt gar nichts an. Jetzt wird es interessant, 4 Stunden Schatz-Sicht. Da haben wir gestern viel, viel drüber gesprochen, sowohl in der Bitcoin-Analyse als auch im Livestream. Die nächste interessante Marke für einen Rücksetzer, wo man die nächste Möglichkeit hat, eine Long-Position zu eröffnen, war hier der 50er EMA liegen zu dem Zeitpunkt bei knapp 67.000 US-Dollar. Knapp da drunter. Und alle diejenigen, die den Livestream gestern verfolgt haben, wussten und sehen hier, okay, irgendwie ist diese Position ja nicht mehr da. Wir haben sehr, sehr ausführlich in dem Livestream darüber gesprochen, das Trade-Management dieses Trades. Und daher, falls du etwas zum System und zum Trade-Management dazulernen möchtest, schau dir noch einmal gerne diesen Livestream an. Wir haben bereits, wenn wir einmal eine Stunde tiefer reingehen, in den 1-Stunden-Timeframe, eine Kursbewegung gen Norden an diesem Preislevel bekommen, was meinen Trigger dann erfüllt hat, meinen Stop-Loss, der im Risiko lag, auf Einstiegspreis zu setzen. Und über Nacht seht ihr ja auch, was passiert ist, der Markt ist noch einmal korrigiert und hat mich dann an meinem Einstiegspreis ausgestoppt. Plus, minus, null aus dieser Position rausgegangen. Und von daher bin ich jetzt in keiner kurzfristigen Position mehr drin. Das hier ist weiterhin die Position eröffnet, 59.500 US-Dollar, läuft aber nur noch mit ein Sechstel der Margin. Was machen wir denn jetzt? Ich suche ja selber nach einem Long-Einstieg, Leute, und da bleibe ich auch ganz stoisch. Das hier war die Möglichkeit. Ich selber nutze diese Möglichkeit jetzt nicht mehr, denn wir haben beispielsweise einen signifikanten Week hinterlassen, der auch wiederum zu mindestens 50% gefüllt werden darf. Und wir müssen ja auch festhalten, wo ging dieser Week hin? Ach, genau bis unterhalb dieser Tiefs, wo haben wir rüber gestern auch gesprochen, über die Liquidität, die sich genau in diesen Kursregionen gesammelt hat. Denn unterhalb dieser lokalen Tiefs ist jede Menge Liquidität dazugekommen. Und da sind wir gestern zu Thailand schon reingestochen, 66,5. Doch ihr seht ja, was hier aus der 7-Tages-Heatmap-Sicht ebenfalls in diesen Kursregionen von knapp 66.500 US-Dollar startend bis knapp 65.700 US-Dollar liegt. Jede Menge Liquidität. Und da hat der Markt definitiv die Möglichkeit, weiterhin zu korrigieren. Wenn wir uns auch noch einmal kurz diese hochgehebelten Long-Positionen anschauen, die hier weiterhin in dem Markt sind, mit diesem Anstieg über die gesamte letzte Woche. Dementsprechend, das ist ein weiterer Point of Interest aus meiner Sicht für den Markt, diese Regionen erst einmal abzugreifen, jede Menge Long-Positionen hier raus zu liquidieren. Und was kommt dann als nächstes rein, als Point of Interest für den nächsten Long-Trigger? Genau, der Retest dieser Trendlinie aus Wochenchart sich dann wiederum. Von daher, ich habe keine neue Long-Positionen jetzt mehr eröffnet, plane auch keine hier mehr zu eröffnen und spekuliere darauf, wenn der Markt hier runterkommt, meine nächste Long-Position in diesen Regionen dann zu eröffnen. Denn die Möglichkeit ist definitiv gegeben, Freunde. Gut, und damit wären wir am Ende der heutigen Analyse. Sämtliche wichtigen Preislevel-Informationen solltest du jetzt parat haben. Einfach geduldig sein, Leute. Das hier ist ganz normal, was gerade passiert. Kein Grund zur Panik. Der Markt funktioniert so. Transfer des Geldes von den Ungeduldigen hin zu den Geduldigen, die wir natürlich sein wollen und in der Regel auch sind. An dieser Stelle hoffe ich, dass ich dir einen Mehrwert liefern konnte, du etwas dazugelernt hast. Falls dem so ist und du es noch nicht getan hast, weil ich dir extremst dankbar für eine positive Wertung. An dieser Stelle auch nochmal der kurze Hinweis hin zur Trading Competition. Falls du daran teilnehmen möchtest, Link findest du in der Videobeschreibung. Hast du die Möglichkeit, an einem Preisbuch von bis zu 600.000 US-Dollar zu partizipieren. Und ansonsten, falls du mehr von diesen fundierten Analysen tagtäglich profitieren möchtest, gerne rein abonnieren und Teil der Crypto Wall Street werden. Euch einen wunderschönen Dienstag haben wir. Macht es erstmal gut. Bis dahin. Ciao, ciao.